Schwarzer Bildschirm. Hallo. Hallo. Sind wir bereit? Ja. So. Nachdem ich euch jetzt alle angesexigt habe. Jetzt los. Ich muss ja noch checken, was es denn hier geht. Ich habe angemacht. Ich habe angemacht. Gut. Kletter, 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 kletter. So. Zweite Woche Daily Challenge geht zu Ende. Gucken, was passiert. Erstmal wieder. Weg damit. Hier, der Gas. Die Spinne ist unmöglich. Unmöglich, diese Spinne. Unmöglich. Oh, ich bin zu tief hier. Ja, ich spreist schon. Und hinaus. Hinaus musst du gehen. Ich höre jetzt auf zu singen. Oh, entschuldigung. Hoffentlich bin ich morgen fitter wieder. Was hier mal zustande kommt. Oh, scheiße. Da bin ich immer noch geschockt davon, was gerade passiert ist. Oh, scheiße. Geld. Schrauben. 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 Sie kommen mit dem Nutzung. Ich gehöre jetzt auf die Auskaufnahme. Und dahinten ist die... ...weine... Ich finde irgendwas da zu werfen... Uah! Nicht stacheln! Stacheln brauche ich jetzt nicht. Das lief ja... Super toll! Hab ich gut gemacht. Das hab ich ja gut gemacht. Ups! Ups! Kommen Sie mit! Ist heute nicht mein Tag. Aber Sie geben mir trotzdem einen Kuss. So sind Sie nämlich drauf. Küsten jeden, der Sie einfach mit Tiefen in die Höhle reinschleppt. Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Du musst meinen Tag hat es aber auch. Allein der Schapeuten, dass Sie mal machen wollen. Ich nehme noch ein grosser Sch Deputy auf Ihre Anmung. Ich nehme noch eine Schade mit über die Pieroform reste. Ich nehme noch einen Ausdruck. Ich nehme noch eine Schade. Schade, danke! Ich nehme doppelt die Schade mit einem Schade. Ich nehme noch einen Schade, aber ich nehme das. Ich nehme den Arsch. Ich nehme zu den Arsch. Ich nehme meine Höhle rein So, guten Tag, die Dame. Kommen Sie mit? Ja, mein Ziel. Ah, sehen Sie schon mal aus. Ich komme heute vielleicht nach. Vielleicht sterbe ich auch gleich. Da komme ich nicht nach. Aber das werden wir dann schon sehen. Ich gehe einfach mal. Na? Hallo. Es ist ja unmöglich hier. Ja, das war ungemütlich da. Okay. Das war die zweite Woche. So, das belanke ich dir den Scherz geschärft. Mal gucken, wie lang es weiter geht. So, gucke ich hier. Womit ich auf Stop drücken kann. Vielleicht sollte ich mal so einen zweiten Monitor haben oder so. Aber das ist auch mit dem Fernseher. Ist auch gar nicht so doof. Auch gar nicht so gut. Eigentlich. Ich gehe auf. Tschüss. Tschüss.